Deutz Harivake, Ofuchi, 67 cm, Yonsai, sollte weiblich sein, wir können das nicht hundertprozentig sagen, langer Kopf, also kann noch gut wachsen, so 5 bis 6 cm, vielleicht da 10, also über 70 auf jeden Fall, wer hier Interesse hat, auch der kann noch hier bleiben, bis nächstes Jahr. Auch der war in der Innenhälterung, also das Gelb draußen deutlich besser, das ist klar, der da relativ zügig ist.